Frans Bleu in Sos Frans Bleu! So, moroni moi von der Karsat von der Rande Grette mit der Rani Kreuz und da sind ihr wundervitzen g'sinn, Pierre, ich sehn auf meinem Internet von Lüye, was das für eine Seite ist. Ah, und natürlich, die Karsat, sie stufere ich, egal ob ich will es oder nicht. Sie beschützen ihre Rachten und helfen euch, weil das Problem aufteuert. Euch mit einem Seite Internet, karsat-alsasmusel.fr Also, das ist sie, qu'est d'assurance-retreté de la santé au travail-petite. Und Lani Kreuz kommt jedes Mal für euch vom Thema zu reden. Heute ist es schon nicht L'En Bleu, also haben wir sie noch ein bisschen eingeladen. Wir denken oft an die Rande mit der Karsat, aber sie sind neu tätig im Sozialen und für die Unfälle auf der Arbeit, aber im Gesamten für die Gesundheit auf der Arbeit. Sie helfen die Leute, wie zu arm sind und neu mit den Unternehmen. Rande, Soziale und Unternehmen, das sind die drei grossen Kategorien auf dem Seite karsat-alsasmusel.fr. Ja, ich merke es gerade, ihr habt uns noch nie von der Rande geredet. Ja, sonst sind wir alle betroffen. Sie kämen sich eigentlich um drei Kategorien von Personen. Die Leute von 35 bis 55. Dann sie können euch informieren, ihre verschiedene Karrieren zusammenzählen, die pingten und schon ein bisschen vorrächeln, wie viele ich kreieren wäre, wenn es so weitergeht. Der Knot, Personen von 55 ab bis an der Rande. Da muss ich schon die Dokumente zusammenfassen, die Zahlen zusammenrächeln und euch vorbereiten. Achtung, die Rande, die kommt die Ball. Ja, viele Personen haben auch Hammungen, wenn es Zeit ist, halten zu arbeiten. Die Karsat hilft euch an dieser Adresse. Karsat-alsasmusel.fr. Und die dritte Kategorie, und es ist drühere, das ist, wenn ein Rande noch stirbt. Monischmull gibt es einen Teil von der Rande. Wird freuen, doch für den Mann. Da gibt es sich die Karsat auch darum. Und wir reden durch viele Elsässer, wie Müslern gearbeitet haben, und wie sie sich über die Rande benarrichtet wollen. Wie geniessen Sie dann, und was geniessen wir? Ja, Sie haben so viele Dossier für den Karsat gegründet, und sie organisieren auch die Raffen für einste Benarrichtungen. Die Daten finden Sie auf dem seitkarsat-alsasmusel.fr. Die nächsten sind schon am 29., nein, am 19. und am 20. September. Am 19. und am 20. September ist Rospori für die Transfruttallier mit der deutschen Randeversicherung und mit der CPAM. Sie ist nur auf Termin. Ihr könnt euch durch einen Seite inschreiben. Und ihr werdet alle Informationen über Ihre Rande auf dem Seite von der Karsat-Greye oder der Autrasse. Karsat-alsasmusel.fr. Und ich glaube, sie gehen euch sowieso noch in der Mosel, noch Furchtbarung in der Nachschule vor. Das ist für die Transfruttallier für die Weidenpfahl zu schaffen. Und wenn nicht, hat sie es gesagt vorhin. Infobest, ich auto in Kiel und in Lauterburg. Ich verreiche Hilfe. Pierre, die sollen es kommen wieder finden auf franzbleuelsass.fr. Und morgen, um die selbe Zeit, aber enden gehen wir an. Bis nachher. 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 Bis nachher.